und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von ghost recon phantoms und die explodiert schon wieder alles kaum ist man im spiel ist das schon wieder ja explosive stimmung wie immer eigentlich und ich habe den metroplan noch nie angeschaut wo fährt er hin dass sie doch irgendwie wie sieht es irgendwie dass das spiegel verkehrt aus aber ja so ein bisschen könnte ich weiß nicht irgendwie das gefühl die schrift obwohl nicht hier unten das stimmt aber warum ist das so bin und ist ja schon wieder eine weile her dass ich gespielt hatte ich muss mir das mal wieder ein bisschen hinein fuchsen und eben auch so eine kleine aufhörmrunde gespielt die ich wie kann man das nicht umschreiben die scheiße lief also es ging es gibt noch scheißerach ja scheißerach geht immer aber und ich bin mal gespannt wie das jetzt hier wird und wahrheit zu letzter zeit war so ein bisschen ruhiger bei mir auf dem kanal das ist aber eine phase gewesen wo wie kann man sagen die halt sehr stressig war für mich und die auch sehr nervenaufreibend war aber diese phase ist jetzt im moment relativ denke ich hoffe ich vorbei und ich merke wieder dass es schnell nach oben geht und das wie sagt man schlägt sich auch auf mein gemüt aus und ich bin wieder fröhlicher und happier und werde dann jetzt auch wieder mit einem besseren gefühl aufnehmen weil ich habe so das gefühl wenn man schlecht drauf ist und dann aufnehmen möchte ist das kontraproduktiv und das möchte ich ja dann auch meistens nicht irgendwie ist er tot ist okay willst will man ja will man ja okay ganz ruhig ganz ruhig möchte man ja dann auch nicht aber im moment geht es mir gut und dann ist es super oh hi kumpel thank you how you match so ja und ich muss mal gucken jetzt hier ghost recon habe ich auch schon eine weile hat irgendwie nicht mehr gespielt gehabt irgendwie weiß ich nicht kam dazu dazu und jetzt bin ich mal gespannt ich habe aber leider auch gesehen dass in letzter zeit das spiel gar keine neuerungen gar keine updates irgendwie mehr hatte und das finde ich gerade ein bisschen schade muss ich sagen weil ich beziehungsweise ich finde es sogar verwundernswert dass da gar nichts mehr kam so in letzter zeit und war eine granate sorry dass in letzter zeit gar nichts mehr so kam ich habe nur auf der internetseite geguckt aber da war halt auch nichts mehr da stand dann immer nur dass das wochenende von den gc ist irgendwie williger wäre aber das ist auch schon seit etlichen wochen und das eine waffen packe das ist ja auch schon wieder wochen her und ansonsten hat sich ja nichts mehr getan auch keine updates und keine meldungen auf der seite das macht mir ein wenig da sind ja nichts sie hinüber war da noch einer im zug und das macht mir tatsächlich ehrlich gesagt muss ich sagen ein bisschen da mache ich mir gedanken weil ich mich frage was soll das ein ver kommt da nichts mehr und ich habe ja die ich weiß nicht ich habe glaube ich auch gehört dass die gamemaster dass die gamemaster nicht mehr dass die alten nicht mehr da sind sondern dass die glaube ich bei einem anderen projekt sind wenn da nicht alles täuscht und sowas und nicht dass das spiel hier so langsam abgang macht das wäre schade finde ich auch wenn viele es gab viele änderungen gab die vielleicht nicht so gut waren aber irgendwie ist es doch immer noch also immer noch irgendwie ein cooles spiel und ich hoffe mal das bleibt noch eine weile ich habe zum beispiel im shop eben mal geguckt das sind die die den aaa pass haben den habe ich ja gar nicht aber da gibt es halt so angebote für waffen und sowas und da steht die eine waffe wäre im angebot oder die ein paar sachen sind im angebot für 1610 tage oder sowas das sind vier jahre das sind gute vier jahre oder das ist eine bubble scheiße das sind über vier jahre ich meine ein angebot für vier jahre ist ein bisschen großzügig gehalten möchte ich das nennen kann man das nennen großzügig gehalten ich glaube man kann sagen das ist relativ großzügig gehalten das weiß ich nicht ob die da einfach nur so eine zahl eingefügt haben und jetzt langsam doch schon dem ende entgegen sehen ich hoffe nicht auch wenn ich nie gut in dem spiel wohl wohl nicht so super toll in dem spiel war nach drei vier jahren immer noch nicht da trotzdem macht es mir halt immer noch spaß wenn ich jetzt spiele sonst würde ich es ja auch nicht mehr spielen ich überlege gerade richtig zu gut nein okay wir überlegen noch er hat uns noch ein bisschen er hat gemeint nein ich soll mich nicht zu schnell entscheiden nicht gut entscheide dich nicht zu früh denk lieber noch mal drüber nach lass dir das noch mal ne durch den kopf gehen hatte schade hätte jetzt hat er jetzt hat mir aber der helfen hand gereicht kann man dann sehen er hat mir ja in die hand geschossen und so deshalb muss man mal drauf herum denken bin ich mal gespannt wie sich das entwickelt weil es kam halt ja okay es kam halt einfach irgendwie in letzter zeit leider nichts mehr an updates und ich weiß nicht ich habe jetzt gut ich habe jetzt nicht auf facebook oder twitter oder sowas geguckt nur auf der hauptseite aber ansonsten wundert es mich ehrlich gesagt so ein bisschen weil es gab halt so eine zeit da hast du jede woche was hier lesen was tolles und da gab es diese live streams und auf twitch und schlag mich ich habe gerade nichts gehört und dann auf einmal alles also wieder ganz ganz schnell ganz ruhig ganz ruhig mein freund ganz ruhig mein freund ganz ruhig mein freund nein 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 hinter mir war noch irgendwo einer oder ich weiß nicht ich hatte das gefühl ich habe zwei sachen abbekommen irgendwie hinter mir und vor mir aber ich bin mir nicht sicher aber doch magic man hat mich getroffen und hat mich gekillt kann 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 tatsächlich sein dass mich jemand da hinter mir noch getötet hat ich weiß es aber nicht also angeschlagen hat getötet hat er mich jetzt nicht aber er ist verantwortlich für mein tod er ist mit schuldig mit täter so und deshalb einfach mal bin ich bin ich einfach mal gespannt weil wäre halt wäre halt schade wenn dem spiel jetzt so langsam die luft ausgeht weil es sollen ja noch also die einen maps die sind ja noch nicht draußen und sowas die sind ja noch nicht also die sind nur in diesem beta status grams gedönst rohral wird wohl wahrscheinlich irgendwie ich habe so das gefühl das ist auch so ein running gag langsam diese karte die karte wird einfach nie veröffentlicht hoppala das war aber knapp ich habe nur noch sieben leben was sollte denn das ah haha da ist aber jemand auf speed gewesen was tschuldigung ah boah witz und ähm deshalb ist mir ein restructural eingefaulen aber jetzt jetzt konzentriere ich mich auf das spiel zu 100 sagen wir zu 80 prozent sagen wir 50 sagen wir 50 die anderen 50 prozent quatsch ich ja denke eigentlich darüber nach was ich sage eigentlich nein im grunde rede ich eigentlich denke ich nicht darüber nach was ich rede das passiert einfach immer so das sprudelt einfach aus meinem sind jetzt was da sehe ich einen treppen ja kim kill him all ja ja gut und ähm ja stimmt ich äh stimmt ja ich habe ok und äh das äh ne einfach irgendwas immer erzählen ich weiß gar nicht ich plane das halt irgendwann nie vorher was ich sagen will oder sagen möchte selten selten dass ich äh selten dass ich plane was ich sagen möchte in ghostwagon sehr selten in allen anderen spielen noch seltener weil da reagiere ich meistens auf die stories oder sowas boah das ist manchmal wow da ist ja einer kann ich dem keiner helfen ja moment halt stopp es bleibt alles so wie es ist ob du da bist und nicht man scheiße so ja äh ja meine damen und herren ja äh ne doof jetzt gewesen mit dem zug da hätte ich jetzt gerne nicht von hinten einer auf die nüsse bekommen apropos nüsse ich glaube die wollen wir auf die nüsse gehen oder wollen die jetzt wirklich in den letzten 16 sekunden nach dem punkt holen oder machen so oh ne 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 ja komm her komm her oh verdammt nein kommt schon hol die da weg 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 der zeit nicht da die haben die nicht mit meinem der hat den höchstens peri fair berührt aber ansonsten war da nichts und jetzt auf einmal machen sie halligalli oh was für ein zirkus wie du noch jokukklaas und ins party oh mann ey pfff i'm noob warum das hat er getan nein wir sind wir sind gerade wir stellen uns gerade debat an warum warum sind wir hier hinten was soll das was nicht was nicht normal ey was nicht normal scheiße ja äh kein ding wir kommen wir kommen ja von oben irgendwie so die treppe runter soll die einfachere seite sein aber ähm na gut äh ist jetzt doof tendenziell ein bisschen ich geh mal ein bisschen vor wo seid ihr denn leute kommt mal mit gebt mir rückendeckung komm schon 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 was ist er denn gemacht was macht er denn wie macht er das woher nimmt er diese kraft gefunden auf otto.de ach ne na wie schön das doof nicht sein verkackt ey du hast das voll verkackt ja gut aber sie sind wir ja gewohnt äh Mist äh ich glaube die rechte seite sieht irgendwie so aus als wäre sie ein bisschen hinüber oder ja i see you oh das nenn ich mal luck oh hitze wo ist denn der andere hin so jetzt gegenangriff ich muss meine bubble laden hä was nein ah man die babbeln ich hasse hab ich hab ich das schon mal erwähnt in einer der vorherigen folgen dass ich granaten nicht mag dass die mich immer töten immer ich hab das gefühl äh ja äh nein äh was auch immer das richtige ist jetzt ja ok ob wir jetzt noch in der einen ich hoffe wir kriegen in der einen minuten noch den punkt zurück würde mich tendenziell doch sehr freuen wenn äh wenn das dem falle entsprechen würde nein shhhh der hätte schon er ist ja da hoch gekommen ist bestimmt gekloakt oder er war einfach sehr schnell so flash mäßig und man hat ihn gar nicht gesehen äh wieso habe ich jetzt gerade die befe... hä wieso verstehe ich das nicht wir waren so nah auf D dran und jetzt verkacken wir es mit B was ist... was ist passiert? was ist passiert in den letzten... uah paar minütchen warum spielen die auf einmal so gut? vorher mäh und jetzt was ist das äh ne Ich habe das jetzt nur so am Rand gesehen. Ich habe nur gesehen, wie einer aus unserem Team einen getötet hat mit einer Granate und dann hat sich ein anderer aus dem Team selbst in die Luft gejagt. Wieso jagen sich zwei Leute gegenseitig? Was machen die? Wieso jagt sich zwei gegenseitig und einer sich selber in die Luft? Was denken die, was das ist? Ich meine, es kann passieren, ja, aber so knapp hintereinander ist ungewöhnlich. So. Ja, B haben wir jetzt verloren. Läuft ja schlechter als erwartet. Oh Gott, Freunde. So, ich komme mal mit. Komm, wir machen jetzt mal Halligalli. Sag mir, wenn Dinner alle ist, ich mache mal lieber an. So, ja? Nein, komm schon. Oh, ich kann... Weiß nicht... Nee, pass auf. Ja, es ist so. Mein Teamkamerade... Die... Teamkamerade? Mein Teamkamerade... Typie, Mensch. Geht, ja, mit einer Bubble. Easy peasy lemon squeezy. Und dann... Passiert ihm nichts, passiert nichts, ja? Keine Granaten fliegen, er killt alle Leute mithilfe des anderen, ja? Dann komme ich, ja? Mach meine Bubble an, fliegen Granaten auf mich wie Kamelle an Karneval, ja? Treffe mich. Bin nur durch Granaten gestorben. Was? Warum? Gut, das hätte ich jetzt... Oh. Ja gut, äh, hab ich gesagt, äh... Gut, das habe ich, äh... Look at me. Look at me now. Now. Sag mir, no. No. Ah, macht's auch? Ha? Ha? Now macht's auch, wa? Ja. Spür ich. Willst du, wa? Oh, am Schlussfolgerade. Dankeschön. Dankeschön, Tolkien. Klasse Job gemacht. Aber, pass mal auf, mein Freund. Ich glaube, da kommt einer von hinten. Oh, das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Bin ja auch nicht so doof, ne? So. Nennt mich Wall-E. Ich räume auf. So, haben meine Arme in die Arbeuge geschossen. Und jetzt habe ich ihm das komplette... Marazin geschenkt. Kann auch mal einer von uns scannen. Nicht nur immer von den Gegnern. Immer. Uah, so. Uah. Hab ich... Oh, erschreck mich doch nicht so. Oh. Dankeschön. Mann. Alter. Kommt der einfach um die Ecke. Uah. Ah, Mist. Ah, da waren zwei. Jetzt war es... Ja, jetzt war ich aber auch... Jetzt war ich angeschlagen. Da konnte mich niemand mehr retten. Da konnte ich mich selber nicht retten. Aber wir haben... Wir haben uns verteidigt. Wir haben uns verteidigt. So. Ich hoffe mal, wir haben die jetzt wenigstens von A entfernt gehalten. Vielleicht kriegen wir noch B. Ich möchte zu B. Ich habe jetzt noch einmal... Pass auf. Guck hin. Wenn jetzt hier wieder was fliegt, ne? Ich reiß euch... Wenn hier was fliegt, ne? Man flog. Gott du nos. Eine fucking Granate. So, die Granate. Wieder auf mich einflog. Oh, ey, Mann. Ich habe das Gefühl, man sollte das Ding umbenennen von Bubble in Granatenmagnet. Was werfen die das alle? Ich meine, ich kann es verstehen, ja? Man kann das machen. Aber... Andauernd. Immer wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Platte hängt. Und wieder. Nein. Ne? Kumpel. So. Auf. Yay. So. Uah. Ihr wollt es wissen, ne? Ihr wollt es wissen. Ihr wollt es wissen. So. Geh weg. Geh weg. Ah. 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 Adi. Adi, was sollte das? Ah. Sowas tut weh. Sowas tut wirklich weh. So wie Securing Charlie? Das ist gut. Ich bin zu nahe an der Ecke, dann hat der eine mich gesehen und dann dachte er sich so... Ah. I see you. I see you. I kill you. Hat er sich so gedacht und dann kam der andere aber wieder rum. Und dann... Ja. Ja, nee, ey. So. Es sind nur sechs Leute auf C. Das bedeutet irgendwo... Müssen ja nur zwei andere sein. Die hole ich mir jetzt. Ja, nein, oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, kann man... Kann man... Ja, gut, ey. Ach du Scheiße, ey. Am Anfang, ne? Am Anfang sah das echt klasse aus und ich dachte mir schon so... Yay. Wir gewinnen, das wird super. Toll. Happy New Year und so. Push and touch. And push and touch. And shower to the left. And shower to the right. And don't forget to win. Oh, Mann! Mist! Also direkt ins Herz. Ging voll ins Herz der Schuss. Herzschuss. Blattschuss. Oh. Charlie lost. Ja, jetzt haben wir Charlie verlostet. Äh, losten wir Charlie. Äh, äh. Oh, Mensch, 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 manchmal, ne? An Tagen wie diesen. Denke ich mir so... Heavy Casualties sustained. Device ready. Ha. Ha. Dachtest du... Oh, jetzt schießen die mehr ins Knie. Ins Knie, ey. Oh, Scheiße. Ne? War's Knie? War's Knie ist war's Knie. Guck mal, Alter. War doch höchstens mein kompletter linker Unterschenkel, der weg ist. Oder ist das... Ne, warte mal, wenn ich vor mir stehe... Äh, ja. Das war ne linke. Man, 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 man. Wah. Der war überrascht. Reiche Eliminierung. Ich reiche dich. Ich reiche dich. Retter dich. Hab ich dich gerettet? Komm schon, gib mir eine Rette-Elimierung. Verteidigungselemiierung. Erobert. Keine Rette-Elimierung. Ha. Bietchen, bietchen. Hab ich mir verdient, eh, eigentlich? So. Pass auf. Jetzt gehen wir. Pass mal auf. Den da oben, ne? Das Schnuckelchen. Das wohnt mir jetzt. Das Schnuckelchen. Ja! Was? Hinter mir? Nee. War der da schon vorher? Hab ich den nicht gesehen? Macht der gerade alle platt? Hat der gerade vier Leute von uns getötet? Wir sind nur acht. Was soll das? Dann kann sich unser halbes Team dezimieren. Steht so nicht im Regelwerk. Das Regelwerk fragt er sich. Ja, frag ich mich auch. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Nein, Granate. Wow, keine Deckung. Wow, kack, keine Deckung. Das schalte ich doch mal, ey, Junge. So. Puh. Oh. Hä? Was war das dann? Äh. Ich glaube, die wissen nicht mehr, die ja. Ah. Äh. Ah. 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 Okay, ich wollte ihn. Aus der Reserve locken, habe ich das geschafft? Ist er weg? Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Ist er weg? Ist er tot? Er ist tot. Und weg. Flutsch und weg. Mist. Nein, 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 nicht den mit der Hitze, nicht den mit der Hitze. Lass ihn in Ruhe! Scheiße. Ich wollte ihn retten. Aber dafür selbst mich. Nein. Quatsch. So, bin ich ja gewohnt, ne? Dass ich sterbe. Deshalb. Ja, vielleicht nicht so. So, ab und vor sterben. Ja! Ah, gut. Die Granada hat mir jetzt nicht geschehen. Nein, 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 nein Oder Erde Oder Regen Wasser Was auch immer Zwölf Sekunden Zwölf Sekunden muss ich jetzt warten, damit ich wieder sterben kann Ist das euer Ernst? Äh Spannend, ey Spannend Kann mich gar nicht auf die Sessel halten Alter Freunde, ne? Manchmal Einfach nur Das Gewehr nehmen Und jedem von denen Eins über die rüberziehen Boom, boom, boom Das ist boomen gemacht Renn Renn, 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 renn Run, boy, run Fight Wir sind hinter ihm Kumpel, du stehst entgegen Dankeschön Hä? Gut, das ging selbst für mich sehr schnell Gut, das ging selbst für mich sehr schnell Also, dass ich den nicht getroffen habe Fand ich ging also schnell daneben Er sorgt erst mal für die richtigen Sichtverhältnisse Er sorgt erst mal für die richtigen Sichtverhältnisse Ja gut, äh, hab ich gesagt Boah, jetzt losen wir Delta oder wat? Kann und möchte ich eigentlich nicht zulassen, Freunde Kann und möchte ich auch nicht Wo ist denn der eine? Ah, hab ich ihn gefunden Hi So Äh, kann, kann, ne Geht einfach nicht Hab ich, hab ich mir jetzt so gedacht Ne, das kann ich, nein Lass ich nicht zu Möchte ich nicht Nö Und jetzt Gehen wir mal auf D, okay Äh, C meine ich, ja Mann, 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 Mann Alles muss man Glück Man nennt es Glück So, ja Was machen wir jetzt? Guck mal hier Frei Oh Was? Vier Leute What the fuck Was? Nein, nein, nein Nein, 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 nein Oh Ich dachte, die wären alle tot Es war für eine hundertstel Sekunde Hab ich eingenommen War frei Für den Moment war es frei Oh, Mann, 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 Mann Ja Das war unsere Chance Glaube ich Die hätten wir nutzen können Sollten hätten wir Dürfen Hätten wir Hätten wir machen können Haben wir nicht Ja Boah, gehen wir jetzt nicht auf die Nüsse So Ja, ich, äh Würde sagen Gucken mal Boah Boah Ja, jetzt ist das Device ready Darauf hatte ich eigentlich gewartet Aber die Zeit war eh abgelaufen Puh Und wir haben eine Goldkiste bekommen Und besser Supporter sind wir Ich glaube, die Goldkiste mache ich mal dann ganz schnell auf Und, äh Boah, 28 Minuten das Match Ich, äh, bin begeistert Das hat tatsächlich so lange gedauert Obwohl Ich immer so das Gefühl hatte, das lief gar nicht so gut Und die hätten uns sehr schnell fertig gemacht Ging uns doch relativ lange Und war eigentlich relativ lang Und dann scheint doch ausgeglichen Äh, so, erhaltene Beute Ähm Ich, äh Frech mal kurz die Suche ab Und, äh Wir machen mal ganz kurz die Kiste noch auf In der Folge So, öffnen Zwei Kisten habe ich sogar Einmal Ja, gut Nicht Das ist ganz doll So Und dann, äh Das hier noch Noch eine Waldbohr Ja Nicht, dass ich die schon siebenmal hätte Oder fünfmal Äh Ich bedanke mich fürs Zusehen Wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einer neuen Folge von Ghost Recon Äh, Phantoms Macht's gut, Leute Bis daheim Tschüss